So, hallo und herzlich willkommen zu Corona 44. Quo Vadis, Deutschland, Quo Vadis, Welt. Wo geht ihr hin und wann hört ihr auf mit der Panikmache? Das bitte halten Sie sich an die behördlichen Vorgaben. Diese Informationen sind meine persönliche Meinung und Ergebnis meiner persönlichen Recherche. Sie unterstreichen mein Recht auf freie Meinungsäußerung und Pressefreiheit. Covid-19 und Influenza sind Erkrankungen, vor denen man sie schützen sollte und gerade Risikogruppen benötigen einen besonderen Schutz. Mein Name ist Bodo Schiffmann aus der Schwindelambulanz in Sinsheim. Ich bin einer der vielen neuen Denker und bin mit dem, was ich tue, ein freier Journalist. Ich weiß, dass SARS-CoV-2 ein gefährliches Virus ist. Ich weiß, dass Grippeviren gefährliche Viren sind. Wir wissen aus vielen Studien, dass man diese Viren in ihrer Gefährlichkeit miteinander sehr gut vergleichen kann. Ich kenne noch viele andere tödliche Erkrankungen und ich bin immer kritisch und um Objektivität bemüht. Als Notfallmediziner und Rettungsassistent bin ich qualifiziert, mich zum Thema Triage zu äußern und als HNO-Arzt bin ich Experte zum Thema Viren und Bakterien bei Infektionen der Atemwege. Datenstand ist der 15.05.2020. Heute ist Freitag. Ich möchte mich bedanken. Ich möchte mich bei den Politikern bedanken, die bei einer namentlichen Abstimmung im Bundestag ihr Gesicht gezeigt haben. Es ging um die Erweiterung von dem Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragsseite. Es ging um diesen Gesetzentwurf der Fraktionen CDU, CSU und SPD. Und dieser Entwurf des zweiten Gesetzes wurde gestern verabschiedet. Aber, und das ist neu, jetzt wurde dagegen gestimmt und noch nicht mal in der CDU kam es zu einem vollständigen Ja. Auch das ist hier eine bemerkenswerte Veränderung. Traurig und schade, muss ich sagen, ist das Abstimmungsverhalten Bündnis 90 die Grüne, die offensichtlich keine Meinung haben und nicht dazu stehen können. Aber offensichtlich sind sie auch nicht der Meinung, dass der Weg der Regierung hier richtig wäre. Ich finde das tatsächlich ein gutes Ergebnis. Ich danke allen, die abgestimmt haben für ihr Gewissen. Das war eine namentliche Abstimmung. Also man musste sein Rückgrat zeigen und endlich wird hier wieder Oppositionsarbeit gemacht. Das lässt mich doch etwas hoffen. Schauen wir uns die Zahlen an. Am Stand 15.05.2020 haben wir in Deutschland noch 13.628 Fälle. Am 10.05., also vor 5 Tagen, waren das noch 17.423 Fälle. Das heißt, obwohl allerorten Demonstrationen und ähnliches laufen, ist hier nichts mehr passiert. Die Kurve entwickelt sich so, wie es auch letztendlich komplett von Anfang an zu erwarten war. Das ist keine große Überraschung. Ich weiß nur nicht, warum hier immer wieder was anderes dargestellt wird. Und warum sage ich überhaupt sowas? Weil wir haben mal wieder einen geänderten R-Wert. Der neue R-Wert ist da. Corona-Radar-Zahlen und Fakten heute in der Bild-Zeitung. Diese Bild-Zeitung berichtet darüber, dass der R-Wert vom Robert-Koch-Institut auf 0,88 geschätzt wird. Die ja 7 Tage wert. Bei dem Wert handelt es sich um einen neuen, den neuen geglätteten R-Wert. Und am Dienstag lag die nach altem Verfahren ermittelte Reproduktionszahl bei 0,81. Und der neue Wert bei 0,88. Bei der alten Methode würde sie bei 0,75 liegen. Also hier haben wir wieder mal etwas am R-Wert geändert. Der R-Wert treibt mich noch zum Wahnsinn. Aber naja. Also der R-Wert gibt an, wie viele Menschen ein Infizierter im Schnitt ansteckt. Bei einem Wert von 1,0 infiziert ein Mensch einen anderen. Je niedriger der Wert, desto besser. Und geglättet meint, dass einzelne Hochburgen herausgerechnet wurden. Und hier muss man sich tatsächlich wieder sagen, dass dieser R-Wert damit komplett falsch ist. Weil wir haben die Ergebnisse aus Heinsberg, die sehr genau gezeigt haben, dass ein Infizierter, selbst wenn er in einem gemeinsamen Haushalt lebt, eben nicht eine Person ansteckt. Und dass das Risiko im Prinzip wesentlich geringer ist. Warum er nicht endlich mal den R-Wert verlässt, ist mir völlig unklar. Weil er ist einfach nur ein Mittel, um die Panik aufrecht zu erhalten. Schauen Sie sich das an, statista.de. Dort habe ich einen Account, da kriegt man aktuelle Statistiken. Und hier haben wir die Zahlen. Zahlen weltweit 4.405.019. Täglich neue Fälle 88.220. Todesfälle weltweit 299.873. Das klingt erstmal schlimm. Die Todeszahl weltweit seit Dezember 2019 in 188 Ländern sind 299.873. Nochmal zur Erinnerung. Durchschnittlich sterben in Deutschland am Tag 2.500 Menschen. Das heißt, in drei Monaten sterben in Deutschland ca. 225.000 Menschen. Wir reden hier von einem Zeitraum seit Dezember. Also wir sind jetzt fast bei 6 Monaten. In 188 Ländern haben wir 300.000 Todesfälle. Fälle in Deutschland 174.284. Reproduktionsfaktor 0,75. Tägliche Neuinfektion 927. Altersgruppe bei den meisten Todesfällen 80 bis 89 Jahre. Man muss sich das nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Dieser supertödliche Virus hat in einem Zeitraum seit Dezember bis heute zu 299.873 Todesfällen weltweit geführt. Wobei nach wie vor nicht unterschieden wird, ob die Patienten mit oder an Corona gestorben sind. Also dürfte man die so auch in der Höhe, wenn man ehrlich ist, nicht stehen lassen. Es tut mir leid, dass ich hier diese Gefahr tatsächlich anders einschätze, wenn ich mir diese Todesfälle anschaue. Schauen Sie sich die Auswirkungen vom Coronavirus auf die Wirtschaft aus. Das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland gegenüber dem Vorjahr ist um 6,3% gefallen. 10,1 Millionen Menschen haben Kurzarbeit. Und die Zunahme der Arbeitslosen im April beträgt 308.000. Es geht um Verhältnismäßigkeit. Es geht darum, um eine Gefahreneinschätzung. Es geht darum, ob Menschen geimpft werden sollen. Ob man wirklich 7 Milliarden Impfdosen braucht. Und es geht darum, dass Freiheitsrechte nicht gegeben werden, nicht eingehalten werden. Es gibt eine Medienkampagne, die wirklich mittlerweile bei mir nur noch Kopfschütteln verursacht. Also ich bin ja nun mal bekanntermaßen quasi in jeder Zeitung mittlerweile als Verschwörungstheoretiker oder was auch immer benannt. Oder Verharmloser. Dabei mache ich das nicht. Ich nehme hier offizielle Zahlen, ich verharmlose nichts, sondern ich stelle Relationen an, die andere machen müssten. Das, was der Mitarbeiter des Bundesministeriums des Inneren gemacht hat, das sind Sachen, über die man nachdenken muss. Und Sachen, die hier einfach außer Acht gelassen werden. Es wird mittlerweile sogar, werden Mitarbeiter in öffentlichen Einrichtungen geschult, damit sie Fortbildungen für offizielle Stellen machen. Die Dame, die das herausgegeben hat und sagt, auch die Copyright-Rechte inne zu haben, ist mir namentlich bekannt. Das Papier darf ich leider nicht herausgeben, da sie ein Copyright darauf erhebt und sagt, das ist nur für ihre Leute gedacht. Da ich aber mehrfach daran genannt werde, muss ich tatsächlich hier drauf auch eingehen. Hygienedemos und deren politische Einordnung, also sie maßt sich an, einzuordnen, wie das das Esoteriker sind, dass die Masken als Maulkorb bezeichnet werden, dass böse Parolen gerufen werden und dass Propaganda betrieben wird für Widerstand 2020 und nicht ohne uns. Und die Querdenkerbommel ist das Erkennungszeichen und all solche böse Sachen wie verteilen von Grundgesetzausgaben und verlesen von Artikeln aus dem Grundgesetz. Oh mein Gott! Zunehmend Militanz auf den Kundgebungen zu beobachten, unter anderem Bedrohung von Journalistinnen. Das ist nur ein Einzelfall gewesen und der ist tatsächlich, ist das nicht die Tatsache und wenn man sich die größte Demo in Deutschland anschaut und das ist Stuttgart, dann ist da genau gar nichts passiert und auch mit der Polizei hat das gut funktioniert. Verschwörungstheorien um Covid-Auswahl, fünf Beispiele. Und demokratischer Widerstand, Rosten hält das Virus für gefährlich und mahnt zur Verlangsamung der Ansteckungsgeschwindigkeit, Flatten the Curve, Wodak, Schiffmann und Bakhti und andere verharmlosen das Virus und kritisieren ganz oder teilweise die Maßnahmen. Das Ganze, ich möchte dieses Papier, was sie hat, als Pamphlet bezeichnen, lasse es im Übrigen auch mittlerweile anwaltlich bereits überprüfen und werde dann auch durchaus rechtliche Schritte gegen die Autorin einleiten, die mir wie gesagt namentlich auch bekannt ist, da sie auch einem unterstellt, in extremistische Gruppierungen zu gehören, zu verharmlosen, nicht mit Fakten zu arbeiten und so weiter und so fort. Dieses Dokument dient der Vor- und Nachbereitung der Seminarteilnehmerinnen und das ist ein Webseminar der Akademie Frankenwart, um die es hier geht und es geht um rechte Verschwörungstheorien um Covid-19. Also das ist schon mal das Titel. Also hier wird mir gesagt, ich würde eine rechte Verschwörungstheorie machen. Das ist peinlich. Es ist wirklich peinlich. Aber gut, Sie wissen, wir sind nicht rechts, nicht links, nicht oben und nicht unten. Suchen Sie uns in der Mitte, weil die Menschen, die uns unterstützen, stammen aus der Mitte der Bevölkerung. Und das sind Firmen, die durch diese Maßnahmen sehr stark bedroht sind. Das ist die Gesundheitsindustrie, das ist die Fitnessindustrie, die Hotelindustrie. Es sind keine rechten, keine linken, keine oben, keine unten. Das sind Menschen aus der Gesellschaft, die genauso wenig wie ich verstehen, warum so ein großer Widerspruch zwischen diesen einzelnen Daten besteht. Ich habe noch eine tolle Internetseite gefunden, die zeige ich Ihnen gleich noch. Dazu muss ich das Video jetzt kurz hier stoppen, muss auf ein anderes Aufnahmegerät gehen, schneide es dann später zusammen. Und zwar gibt es das Institute for Health, Metrics and Evaluation. Die haben relativ früh angefangen, Prognosen abzugeben über Todesfälle und kamen dafür in die Kritik, weil sie im Prinzip Vorhersagen getroffen haben, die übrigens gar nicht so schlecht zugetroffen haben. Und die haben ihr Modell mittlerweile kräftig angepasst. Das Modell ist damals von der epidemiologischen Gemeinschaft kritisiert worden, weil es fehlerhaft und irreführend ist. Mittlerweile ist allerdings hier einiges geändert. Es lohnt sich da mal, sich die Internetseite aufzusuchen und mal ein bisschen zu spielen, weil man hier tolle interaktive Grafiken hat, die ich Ihnen gleich nochmal zeigen darf. Kehre ich gleich zurück, dann kann ich nämlich, brauche ich nicht nochmal zurück zu diesen Folien zu kommen. Unser Demonstrationsrecht hat ja jetzt eigentlich die ganze Zeit ganz gut funktioniert. Letzte Woche waren 3000 Menschen in München am Rathaus. Daraufhin wurde eine größere Demonstration angemeldet und die Theresienwiese dafür vorgesehen. Ihnen ist glaube ich klar, dass die Theresienwiese ziemlich viel Platz bietet, auch für 10.000 Menschen. Hier würden auch wesentlich mehr Menschen drauf passen. Auf jeden Fall hat der Bürgermeister aus Infektionsschutzgründen nur 1000 Demonstranten zugelassen. 1000 Demonstranten auf der Theresienwiese. Na, das ist doch mal Demonstrationsfreiheit. Gut, ich schalte auf ein anderes Programm um und dann gucken wir, dass das vielleicht nachher mit der Lautstärke so nicht stimmt. Übrigens, mit der Lautstärke wird immer wieder gesagt, ich soll das lauter machen. Es tut mir leid, ich kriege das nicht anders hin. Ich hoffe, ich habe jetzt ein bisschen lauter geredet, vielleicht ist es dann besser. So, und jetzt befinden wir uns auf der Seite von diesem Institute for Health, Medical und so weiter und so fort. Was ich gerade erzählt habe, Health Matrix and, ja, Data. Das heißt, hier geht es um Covid-19-Entwicklungen. Wir können uns hier sehr elegant das Land auswählen. Wir können hier auch sehen, im Prinzip, wo ist die aktuelle Zahl. Es ist jeweils quasi der Tag heute angegeben. Man sieht, ob die Infektionszahlen steigen oder fallen. Man sieht einen Intervall, in dem man davon ausgeht, dass sich die tägliche Varianz bewegt. Also die Vorhersagequalität kann man hier sehen. Die ist teilweise gerade in den USA, weil sie noch relativ frisch sind. Sehr breites Intervall, was hier möglich an. Also von wegen Plus Minus ist noch nicht so gut erkennbar, wie das bei uns der Fall ist. Sieht man auch hier, Krankenhausbetten, wie man sich das vorstellt, dass die eventuell noch zunehmen können. Gehen aber davon aus, haben sich aus einem Mittelwert errechnet. Und hier unten haben wir dann tatsächlich die echten Zahlen. Aber was interessieren uns im Moment die Sachen? Ich kenne diese Seite erst seit heute. Ich finde sie wirklich toll. Man kann sich einzelne Grafiken angucken. Wir haben hier aber auch Deutschland, was jetzt natürlich noch ein bisschen interessanter für uns ist. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Ich habe übrigens gestern ein sehr schönes Streitgespräch gehabt. Ich habe im Hessischen Rundfunk ein gemeinsames Interview mit einem Virologen gehabt. Das fand ich eine tolle Idee vom Hessischen Rundfunk. Und ich muss es sagen, das Video ist auch größtenteils ungeschnitten. Es ist okay. Und wer Lust hat, können Sie es mal anhören. Das finde ich eine sehr gute Geschichte. Also hier ist tatsächlich mal die Gelegenheit gewesen, dass sich Pro und Contra miteinander unterhält. Und das quasi im Radio für jeden zugänglich. Der Hessische Rundfunk, dort finden Sie das Interview. Und schauen Sie mal rein. Ich glaube, das ist ganz spannend, weil auch natürlich das, was der Kollege zu sagen hat, mir ganz wichtig ist. So, jetzt haben wir hier Deutschland die täglichen Infektionen und Tests. Und hier ist ja schon beschlossen worden, dass man die Tests also immer weiter im Prinzip ausweiten wird. Dann gibt es eine angenommene Anzahl von Infektionen und da unten natürlich die tatsächlichen Infektionen. Man kann sich die bestätigten Infektionen dann auch vergrößern. Erkennt dann auch die Kurven des Robert-Koch-Instituts hier sehr gut wieder. Dann haben wir die geschätzten Infektionen, die bestätigten Infektionen und auch die Anzahl der Tests. Und das ist eben das, was wir uns ja auch schon darüber unterhalten haben mit der Laborpandemie. Hier kann man sich sehr schön durchwählen, aktiv und kann sich das angucken, wie sich das entwickelt. Das gleiche gilt hier für die Todesfälle. Es gibt eine Projektion, das heißt eine statistische Errechnung, wie man erwarten wird, dass das Ganze verläuft. Man sieht hier eigentlich auch einen kontinuierlichen Abwärtstrend. Das kennen Sie. Es gibt insgesamt die totalen Covid-19-Todesfälle und wir können das hier sehr schön auch anschauen, auch die Ressourcen der Krankenbetter. Also das sind hier oben, das sind die Betten, die zur Verfügung stehen. Dieses lila. Das da unten sind die Betten, die in Anspruch genommen wurden. Zum einen die Intensivbetten. Dann die mit den Beatmungsgeräten. Ich lade jeden ein, hier einfach mal reinzugehen und sich da mal durchzuklicken, weil das ist einfach eine spannende interaktive Kurve. Man kann sich das hier sehr schön anzeigen lassen. Man kann es sich sogar, vorhin hatte ich das gesehen, genau, sogar nach Bundesländern anzeigen lassen. Also ich kann hier genau sehen, wie entwickelt sich gerade welcher Wert und was spielen hier für Faktoren eine Rolle. Wann wurden Bildungseinrichtungen geschlossen? Wann wurden Versammlungsbeschränkungen gemacht? Wann kam die Stay-at-home-Order? Wann wurden alle Geschäfte geschlossen? Und man kann hier tatsächlich sehen, was das für Einflüsse eigentlich überhaupt hatte. Das heißt, man kann hier sehr genau das Ganze sich grafisch anschauen und mit den Kurven hier unten vergleichen. Das ist die alte Diskussion, ob der Shutdown irgendeinen Effekt gehabt hat. Auch auf die Todesfälle, auch auf andere Sachen und auf die Krankenhausressourcen. Schauen Sie sich das Ganze durch. Ist spannend. Man versteht es jeden Tag weniger, warum die Maßnahmen aufrecht gehalten werden. Und was niemand verstehen kann und mir niemand bisher eine vernünftige Erklärung gegeben hat, wo der Sinn von den Mundschützen sein soll. Mundschütze, die nicht vor Viren schützen, weil man jedes Tuch davor binden kann. Die nicht regelmäßig gewechselt werden, in denen sich Bakterien sammeln. Die, wenn Sie durch die Straßen gehen, schauen Sie mal in die Autos, an die Spiegel. Nahezu in jedem Auto hängt ein Mundschutz an diesem Spiegel rum und wird immer wieder getragen. Und wahrscheinlich auch von den verschiedenen Leuten, die dieses Auto benutzen. Das sind Bakterienschleudern. Das ist kein Schutz, das ist eine Infektionsgefahr, was hier passiert. Und was ich heute auch noch gekriegt habe, sind ganz viele Briefe, die Eltern kriegen, die ihre Kinder wieder in die Grundschule schicken sollen. Und diese Kinder, was ihr den Kindern antut. Liebe Politiker, wenn ihr Kinder habt, überlegt euch, was ihr euren Kindern antut. Die Kinder können hier überhaupt nichts dafür. Sie sind nicht gefährdet durch die Erkrankung. Und wir haben hier einfach saubere Zahlen. Es gibt keinen Grund mehr für die Maßnahmen. Die Maßnahmen waren bis zum 15. März höchstens nachvollziehbar. Danach waren sie nicht mehr nachvollziehbar. Weil dann hatten wir Ergebnisse aus Messungen und die Kurve hat bereits angefangen abzuflachen ab dieser Stelle. Bis hierhin, bis zum 15. März, hätte man noch drüber reden können, weil man dachte, die Kurve würde vielleicht weitergehen. Aber sie hat dann angefangen, sich abzuflachen und seitdem geht sie immer weiter runter. Und wir sind völlig in dem Intervall, was ausgerechnet wurde. Weil dann sagen, es gibt wieder mehr Todesfälle oder es gibt wieder mehr Infektionen pro Tag. Natürlich gibt es die. Ist auch abhängig von dem, was man testet. Und es gibt immer ein Intervall, was mal ein bisschen rauf und runter geht. Deswegen ist diese Seite hier eigentlich ganz spaßig. Schauen Sie mal in Ihrem Bundesland vorbei. Schauen Sie sich an, wie sich die Kurven entwickeln. Gucken Sie, was die einzelnen Länder für Maßnahmen getroffen haben. Und spielen Sie rum. Macht Spaß. Ist eine interessante Sache. So, jetzt habe ich genug geredet und ich hoffe, dass ich damit die ein oder andere neue Erkenntnis bringen könnte. Bitte hört endlich auf mit diesem Wahnsinn. Kümmert euch um dieses Papier, was der Dezernatleiter im Bundesinnenministerium gemacht hat. Diese Bedrohung ist nicht erkennbar. Um nochmal ganz auf den Anfang meiner Geschichte zurückzukommen. Wir haben weltweit innerhalb von fast sechs Monaten so viele Todesfälle, wie wir normalerweise innerhalb von drei Monaten in Deutschland haben. Denken Sie drüber nach.